Haltet durch, ich komme! Yo, ich komme auch. Wo sind die hin? Ich darf mit niemandem kämpfen, ich habe keine Munition. Ich werde euch finden. Ich weiß aber nur nicht wie. Ah, hier, ein Schlitz. Oh mein, ich habe doch keine Klasse. Munition, alle. Ich renne einfach weg. Jozef, wo bist du? Munition Fünf Schuss Alles klar Mit den fünf Kugeln müssen wir einiges anrichten Oh oh Hier ist auch noch ein Loch Ah hier ist eine Tür Hier kann ich mir Waffen bauen Was ist denn hier los Hier kann ich nichts machen oder was Oh 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 Sebastian! Munition, alle. Ich hab mich selbst fast in die Luft gesprengt. Schön, dass es euch gut geht. Nehmt so viel Munition mit, wie es geht. Ah, wenn du nicht gekommen wärst. Hm. Aber ich bin gekommen. Alles wird wieder gut. Joey! Was jetzt? Machst du die Tür auf oder nicht? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian. Vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Ja. Komm, schnell! Oh, schnell! Weiter jetzt. Okay, Chef. Gehen wir. Gut. Ich find's schön, dass Joe so viel Munition hat. Kannst du mir ein paar Kugeln abgeben? Hm? Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Hm? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Was war das? Noch eine dieser Türen. Oh, Mann. Was ist das? Hochzeitseinladung. Sebastian und Mira. 17. September 2005. Im Veranda Hotel. Danach gibt's einen Empfang. Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Hä? Okay, ich hab gespeichert und das war's oder was? Was war mit dem Kind, was war mit den Erinnerungen? 1900? Ich hab doch gar nichts zum Verbesser an ihr. Okay, zurück an die Front. Zurück an die Front. Ich wollte einfach nur die Tür aufmachen. Okay. Okay. Wieso gibt's so wenig Munition? Ach Gott, diese Hintergrundgeräusche. Was ist das schon wieder an der Wand? Ach, Munition. Sehr gut. Ach, Munition. Sehr gut. Was ist das? Was ist das? Fuck, Mann, war der nah. Super. Oh, Mann. Spritzig fit. Was ist das? Ach, das ist nur eine Puppe. Vier Streichhölzer. Wow. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Ich habe gar nicht hingeschaut. Was ist das jetzt? Waren da so Stacheln aus dem Boden gekommen? Weshalb die Puppe runtergefallen ist? Da sind nochmal Kugeln. Drei. Vielen lieben Dank. Okay. Guck mal schön nach links und rechts. Oder in diesem Fall von rechts nach links. Ihr wollt doch, dass ich es anziehe, oder? Och, du Idiot. Okay, und jetzt? Ich komme hier nicht durch. Was hat das jetzt gebracht? Ich habe eben was gehört. Es ist so leise hier. Wir nehmen den Impfstoff. Immer wenn da so was an der Wand ist, passiert noch was. Und dann liegt das. Wie geht's schaff. Ich habe es nicht gezwungen.